Kurt Tucholsky, junger Autoren Was sie nur wollen, da schimpfen sie auf die Ollen, und die sind Stieke, und überlassen die ganze Musike den Jungen, und die machen ein Geschrei, und es sind alle dabei. Da sieht man ältere Knaben, die schon ihre 50 auf dem Buckel haben, in kurzen Hosen umeinander laufen. Wenn sie schnell gehen, kriegen sie das Schnaufen, aber bloß nicht hinten bleiben. Modern, modern, müssen sie schreiben, nur nicht sein Leben zu Ende leben. Jung, jung musst du dich geben. Bei uns haben sie Sohnenbart, der von alleine steht, aber sie kommen gar nicht raus aus der Pubertät. Was sie nur haben, hindert denn einer die jungen Knaben? Hört doch bloß mal, die junge Generation, na, da macht doch schon, es hält euch ja keiner. Als ob uns das nicht frommt, wenn ein neues Talent gelaufen kommt. 19 Jahre? Was ist denn das schon? Das ist keine Qualifikation, Ludendorff war auch mal 19 Jahre. Jung sein ist gar nichts. Es fragt sich, wer es war. Es gibt alte Esel und junge Talente. Geburtsscheine sind keine Argumente. Und wenn's nicht klappt, es liegt nicht am Pass, dann liegt's an euch. Könnt ihr was? Noch nie hat man sich so um Jugend gerissen. Direktoren, Verleger, Wartenservil. Jeder lauert auf einen fetten Bissen. Spelt man, Goat. Und schreit nicht so viel. Wer was kann, der sei willkommen. Der Rest hat die Jugend zum Vorwand genommen. Das sind, wir wollen uns da nicht streiten, verhinderte Talentlosigkeiten. Kurt Tucholsky Junge Autoren Gelesen von Helge Heinold Tucholsky K These Vielen Dank.